Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Galina Backt. Heute zeige ich euch, wie ihr diese super leckere Snickers-Torte zubereiten könnt. Spaß ist halber, nenne ich es Snickers-Auflauf. Ja, weil ich habe die Torte in meiner Auflaufform zubereitet. Das ist eine No-Bake-Torte, das geht super schnell in der Zubereitung und ich sage es euch, die Torte schmeckt sogar besser wie Snickers, also für mich zumindest. Also, schaut euch das Video unbedingt an, denn wenn ihr Snickers liebt, dann wird euch die Torte 100% schmecken. Ich beginne direkt mit den Zutaten für die Creme. Für den Vanillepudding benötigt ihr ein Eigelb, 40g Speisestärke, 500ml kalte Milch, 70g Zucker und 1,5 Teelöffel Vanilleextrakt. Zuerst den Zucker mit Speisestärke gut miteinander vermischen. 9 Esslöffel von der kalten Milch dazugeben und verrühren. Nun kommt das Eigelb dazu und wird auch verrührt. Die restliche Milch mit Vanilleextrakt zum Köcheln bringen. Sobald die Milch anfängt langsam zu köcheln, die Eigelbmischung dazugeben und schnell mit dem Schneebissen verrühren. ca. 2 Minuten köcheln lassen, dann ist der Pudding schon fertig. Den Pudding in eine Schüssel umfüllen und mit einer Frischhaltefolie abdecken, so dass die Frischhaltefolie die Puddingoberfläche berührt. Den Pudding bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. Den Pudding in eine Schüssel sieben. 250g zimmerwarme Butter mit Hilfe von einem Handrührgerät oder Küchenmaschine weiß cremig verrühren. Löffelweise den Pudding hinzufügen und verrühren lassen. Musik Die Creme ist fertig und die ist super lecker. Ich nasche immer an dieser Creme. Die Creme erstmal in den Kühlschrank stellen und jetzt wird die zweite Creme gemacht. 200g kalte Schlagsahne mit einer Dose karamellisierter gezuckerter Kondensmilch verrühren. Ich habe noch 6 Teelöffel Sanapart dazu gegeben, muss aber gleich sagen, 6 Teelöffel Sanapart wird die Creme noch nicht fest genug. Mir hat die flüssige Konsistenz gepasst, deswegen habe ich es mit 6 Teelöffel Sanapart gelassen. Wenn ihr das noch dickflüssiger oder noch fester haben wollt, dann nehmt ungefähr 9 Teelöffel Sanapart. Schaut mal, ob das schon fest genug ist. Wenn nicht, dann nochmal 1-2 Teelöffel dazu geben. Und natürlich den Sanapart auch verrühren lassen. 300g geröstete Erdnüsse dazugeben und unterheben. Hier habe ich schon meine Auflaufform geschnappt und jetzt beginne ich mit der ersten Schicht. Da kommen helle Butterkekse drauf. Nun die Hälfte von der Puddingcreme auf diesen Butterkeksen verteilen und glatt streichen. Jetzt kommen wieder helle Butterkekse oben drauf. Mit zweiter Hälfte von der Puddingcreme abdecken. Nun werden Schokobutterkekse oben drauf verteilt. Die leckere Erdnusskaramellcreme auf den Schokobutterkeksen verteilen und glatt streichen. Nun alles nochmal mit Schokobutterkeksen abdecken. Die Auflaufform erstmal in den Kühlschrank stellen und in dieser Zeit wird die Schokoglasur zubereitet. Für den Schokoguss braucht ihr 125g kalte Schlagsahne und 100g Zartbitterschokolade. Die Schlagsahne in einem Topf bei mittlerer Hitze erhitzen lassen. Die soll aber noch nicht köcheln. Nun die heiße Schlagsahne über die Schokolade geben und das ca. 2 Minuten so stehen lassen. Mit einem Schneebesen gut verrühren. Die Schokoglasur auf die Oberfläche von der Torte geben und gut verteilen. Die Torte über die Nacht in den Kühlschrank stellen. Je länger die Torte im Kühlschrank ist, desto weicher werden die Kekse. Nach der Kühlzeit habe ich die Torte mit kleinen Sneakersstücken dekoriert. Die Sneakersstorte ist fertig und ich sage es euch, das ist jetzt eine von meinen Lieblingstorten. Die ist so lecker, dass man mit Mampfen kaum aufhören kann. Vielen Dank dafür, dass ihr mein Video angeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Ich werde mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Galina. Bye Bye. Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.